Ich kann immer wieder nur betonen, das habe ich vor einiger Zeit hier oder vor ein paar Tagen nochmal an der Stelle ganz klar geäußert. Maximilian Endrup ist SK Rapidspieler, hat unser vollstes Vertrauen, unsere vollste Unterstützung. Alles andere brauche ich nicht zu kommentieren. Der Weißte ist der Junge, ich habe mit ihm nochmal ein Gespräch geführt und ich glaube nicht nur von Vereinsseite, sondern insbesondere, Stefan kann das bestätigen, innerhalb der Mannschaft und auch vom Trainerteam, vollste Rückendeckung. Und er hat mir nochmal betont, ganz deutlich, er will hier spielen, er will hier erfolgreich spielen, er will guten Fußball zeigen. Das ist das Einzige, was für mich zählt.